das ist auch falsch wo haben wir es denn wo ist und wird aktualisiert warum aktualisiert er nicht weiter mach update los warum will der mich nicht wo wieder nachfragen bei welchem host hast du dein gameserver wir sind bei nitrado nitrado warum aktualisiert er nicht das verstehe ich jetzt schon oder nicht alles klar danke ja bitte bitte ob wir enden oder die noch mal und schauen mal was passiert startbereit in ungefähr sekunden der kam nur sekunden an weil ich auch keine zahl angegeben habe update in warte schlange aktualisieren download beginnt jetzt läuft er ach ist der böse ach du bist schon soweit ja ich hoffe es mal hallo zusammen von marcus marcus dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht lebt denn der alte gund hallo marcus er lebt noch er lebt ja er lebt noch so dann kann ich mal eben hier hingehen dann muss ich oh ist das hier das richtige moderieren dann einen eigenen kanal ja hab ich vor einen eigenen kanal ja hab ich vor ton aus danke so ich habe so ein kabel gewirkt ein viruskabel warum finde ich das jetzt nicht damit fertig das gleichwertig update jetzt haben wir nämlich gold hunter drin stehen multiplayer deutschland farm familienfreundlich deutsch das passt sogar alles hi giftpilz vom hör wie giftpilz dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht ist gleich fertig bild grüß dich guten Abend giftpilz black screen simulator wie lange gibt es den denn schon oh der der wird immer mal wieder eingesetzt dann wenn er gebraucht wird die 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 di die die di die 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 063 alpha jetzt mal dahin ich weiß nicht steinburg das ist die So, das kann rein. Da ist ein Vogel. Da muss ich hin. Mach auf. Freigenschaften. Anja, eine Frage. Die 59, sicher, dass ich da drauf kalken kann? Ja. Okay. Ich bin gerade beschäftigt. So, jetzt müsst ihr da auch ein Bild haben. Ja, da ist ein Bild zu sehen. Gut. Da müsste auch alles drauf sein, ne? Aber eins stimmt noch nicht. Das ist an, das ist an. Das ist an. Ist das jetzt an oder nicht? Jetzt ist es an. Ja. Ja, Bild ist anwesend. So viel belehren, hört auf zu rauchen. Der Hund schläft. So, mehr Spieler-Modus. Server erstellen. Server-Name. Das OP. Server-Passwort. Hütze. Herstellen. Der Hund schläft von Höri. Oh, beitreten. Oh, sehr schön, mal wieder Goldhunter. Jawohl, Lena. Stand aber auch in der Überschrift. Männlich. Männlich. Ich bin gespannt, ich auch. Und ich erst. Wie ein Regenschirm. Ich glaube, den Controller brauche ich nicht. Weiß ich gar nicht. Aber viel mit Tastatur. Bitte gib einen Charakter-Norm ein. Ich traue mich gar nicht, auch schließen zu drücken. Äh. Ja. Irgendwie ist auch nichts, außer schließen. Du kannst schließen? Ja, jetzt kann ich auch schließen. Weil wir das sind jetzt. Oh. Kluge mal. Ja. Dreh dich mal um. Ja, wo bin ich denn? Ach da. Hallo, Opi. Ah, Opi ist, vergess dich. Reckerläuf. Ja, dann. Dann machen aus. Wenn es auch geht. Jetzt muss ich erst mal wieder rausfinden. Geh runter, Katze. W, alles funktioniert. Aha. Gut. W ist vorwärts. Ja, das war Rennen. Also hier sind wir auf jeden Fall bei den größeren Fahrzeugen. Was geht denn hier alles um? Ach so, die Bänder und die kleinen Bagger. Und die neuen Ella Watches. Hier sind wir auf jeden Fall nicht da, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich zum Kauf, Verkauf, hin und her, Kauf, weg. Wie ging das mit dem Rennen noch mal? Äh, Shift-Dust. Beginner-Claim. Da wollen wir nicht hin. Beginner-Claim. You-Claim. Heavy Vehicle Service Station. Scrappy Yard. Mit sieht. Was ist das? und dann ja vielen dank für die nette unterhaltung ihr lieben dankeschön machen wir gerne hier ist die gold fährt käufer der ankäufer da raus jetzt wackeln wir da hinten hin nur kosten denn die dinge 19.000 9000 kostet der kleine wir können uns eh nicht leisten 6499 kommt meine wir gehen store so viel geld haben wir eigentlich ich habe 25.000 wo auch hier sind die verkaufsflächen mit betten guter damit dran steht hier sind die regaltische los weg lampen kleine lampen eine waschschüssel die anja gleich kaufen du kannst du eine grüne waschschüssel kaufen bitte ja und 20 liter 90 liter ich glaube nur 120 liter das hat er gemacht mit elf kannst du dann aufheben ja erst mal in die ich perspektive kommen wie funktioniert das noch mal däumchen hoch ich bin schon ein bisschen länger raus ja ich bin genauso lang raus schneiden nicht bei mir schmeißen bei dir drauf mal gucken ob die anzeigen der anzeigen da steht zum beispiel anja oder gehen gehe ich mal zur kasse mal das teil kaufen plastikwanne einmal kaufen wir die gehört jetzt mir ich brauchst du mal dein mit der tante sprechen mit der tante sprechen mit der tante sprechen du hast zwölf dollar für den einkauf bezahlt gut geben wir die an bin ich die mal raus